Die Sendung wurde live untertitelt. Andros hat dem Lylat-Sonnensystem den Krieg erklärt. Nur mit deiner Hilfe kann das Starfox-Team die Invasion aufhalten. Das Lylat-Sonnensystem besteht aus 15 abwechslungsreichen Planeten. Erforsche die aufwendig inszenierten 3D-Welten und besiege die gegnerischen Streitkräfte. Der Spielverlauf ist nicht linear, das heißt dein Erfolg in jeder einzelnen Mission bestimmt den weiteren Spielverlauf. Insgesamt gibt es 25 verschiedene Wege zum Ziel. Die Piloten beherrschen ihr Handwerk. Muss schon sagen, präzise Flugmanöver. Es gibt zwei verschiedene Flugformationen. Bei der offenen Formation bewegen sich alle Teammitglieder vollkommen frei im dreidimensionalen Raum. Die Teammitglieder, erkennbar an den farbigen Symbolen, unterstützen dich bei deiner Mission. Außerdem stehst du die ganze Zeit über mit den Teammitgliedern in Funkkontakt. Das Spiel verfügt über mehr als 600 Sprachsamples. Neben Hilferufen und Erfolgsmeldungen erhältst du auch nützliche Tipps. Entweder Informationen über Schwachstellen der Gegner oder Anhaltspunkte für Missionsziele. Die Außerirdischen unter euch können auch die Leidenschaftsziele. Letanische Sprachausgabe wählen. Am Ende jeder Mission erwarten dich riesige Gegner. Mein Gott, schauen Sie, diese Greifarme. Gigantisch! Das Starfox-Team muss jetzt seine geplante Route ändern. Bei der Befreiungsaktion steigst du auf ein neues Fahrzeug um. Jetzt ist ein ganzer Einsatz gefordert, denn das Monster hält den Arwing in seinem Klauen gefangen. Was machst du denn? Was machst du denn? Hör auf! Käpt'n, wir haben es geschafft! Operation erfolgreich ausgeführt. Für Unterwassereinsätze steht dir ein drittes Fahrzeug zur Verfügung. Diese Lichtreflexe sind einfach unglaublich. Natürlich kannst du jederzeit zwischen verschiedenen Perspektiven wechseln. Wenn du eine besondere Herausforderung suchst, kannst du zusätzlich zu den einzelnen Missionen verschiedene Medaillen verdienen, die zusammen mit deinen Highscores auf dem integrierten, batteriegestützten Speicher gesichert werden können. Im Vier-Spieler-Modus können bis zu vier Spieler gegeneinander antreten. Und die waghalsigen Flugmanöver, die du im gesamten Spiel erlebst, sind hier besonders nützlich. Spannende Duelle garantiert! Das Rumble-Pack, ein neues innovatives Zubehör, macht das Spielgefühl noch viel intensiver. Erschütterungen und Treffer werden durch Vibrationen des Controllers spürbar. Dabei unterscheidet das Rumble-Pack zwischen leichten Remplern und gewaltigen Explosionen. Übrigens, das Rumble-Pack ist bei Lylad Wars gleich mit dabei. Tja, das war ein Endgegner. Und was für einer! Aber es gibt noch viel, viel mehr! Die Endgegner! Ja! Ach, ich habe eine Seele! Erschütterungen, aus dem Einstieg! Ente 양en! Derもの Sieg! Der stirred. Erschütterungen, aus der Reine dies Kiss. Lylat Wars wurde produziert von Shigeru Miyamoto, dem wohl berühmtesten und genialsten Spieleprogrammierer der Welt. Und Fox MacLeod ist nicht die einzige Figur, die er erschaffen hat.